Rater! In einem Raum, im Haus, Hof, Büro übrigens, meine Eltern. Ich bin aufgewachsen hier. Mein Drumset. Hier war auch einige Jahre lang mein Zimmer. Als ich mein Zimmer oben hatte, war hier aber auch das Musikzimmer die ganze Zeit. Mein Drumset. Beispielsweise. Ich möchte einfach sagen, ja, das ist wichtig. Es gibt Leute, die wissen, dass das wichtig ist. Ja, alle anderen. Könnte sich das aber trotzdem ansehen. Razer, finde eine Position für die Kamera. Razer, ja, ist ein Mensch, Mann und Gott. Ich bin immer alles gleichzeitig. Ich bin Wert, ich bin Star, ich bin Hochführerl. Natürlich bin ich das. Ich bin Schwurrgotschall. Ja, gerade werden behandelt, dafür, dass sie sich was einbilden, dafür, dass die nicht unter sein müssen. Büro vollzogen, damit unser Planet zehn Milliarden Menschen hat. Wer nicht weiß, warum? Ja, ich bin Statsystematier. Ja, ich kann das hier sagen. Könnte ich zwar schon machen, muss ich aber nicht. Doch andere Records, auf welchen ich das gesagt habe, schon bereits. Ja, tatsächlich ist es erwünscht von unserem Planeten, dass wir so viele sind. Und ein richtiger Wert. Tausend Pummels ist da. Büro und das bin ich, denn ich bin Wert. Systematier, pur Wert, weiß. Ich war Drastag, bleibt. Ja. Ich habe Werterziehung. Ja. Ich halte Wertunterbrecher unter. Ja. Und wenn ich will, dass das Büro vollzogen wird, dass einer unter ist, behandle ich den. Und zwar bis der, ja. Büro vollzogen unter ist. Ja. Ein Rahler, ja. Der hat Büro da stehen, dass der irgendwas ist. Ja. Also ein Büro wert. Der nicht ein Star wert ist. Ja. Und die Quelle irgendwelche Häuser, etc. Dafür behandeln wir den Rahlen, damit er sich einbilden kann, dass er irgendwas weiß. Damit er am Leben nicht suggeriert, will ich nicht sagen. Verstehen Sie? Ja. Wenn wir den Rahlen behandeln. Ja. Weil wenn wir den Rahlen behandeln, ist er nicht vollzogen weg. Verstehen Sie? Sie müssen sagen, wenn Sie Wert sind, Systematier ist da. Ja. Haben. Ja. Wert, Systematier haben die Regeln. Was Wert hat, was die Regeln sind, wissen. Ja. Haben. Alles komplett im Zusammenhang. Ja. Unser Planet etwa hat eine Milliarde Stars, ist was ich habe. Ja. Bei etwa zehn Milliarden Menschen. Ja. Ich bin definitiv Star, weil ich weiß alles. Sie müssen verstehen, dass die meisten Leute natürlich Rahlen sind. Ja. Jetzt schon um mich. Polizei zum Beispiel ist, es gibt ohne Behandeln überhaupt keine Polizei. Verstehen Sie? Ja, das ist wahr. Es gibt Militär, aktiv, Büro Star. Ja. Das ist wert. Weil ein Star weiß alle Gesetze. Und ein Rahler weiß nicht ein einziges Gesetz. Auch wenn wir den Rahlen nicht behandeln. Nicht. Ja, ich müssen haben, was ich habe. Control. Perfekt bin ich. Verstehen Sie? Ja. Ich weiß immer den Kontext. Habe ich. Perfekt. Astral. Ja. Ich habe, was ich gesagt habe, ist richtig. Jetzt kommen wieder Rahle, gehen jetzt wieder hin und labern und eine Scheiße. Aber die sind... Dreck. Zum Unterhalten. Wenn die höher haben wollen als ich. Denn ich bin Star. Verstehen Sie? Ja. Ja. Ein Mensch, der ein Star ist, ist ein Mensch. Ja. Verstehen Sie das? Ja. Ich habe für unseren Planeten richtig bauen. Weil das hier YouTube ist. Ja. Ich habe Schnaz-Situation hier und ich bin perfekt. Wir haben eine Milliarde Stars und neun Milliarden Rahle. Ja. Die Rahlen werden behandelt. Ja. Dafür, dass die sich was einbilden können. Ja. Dafür, dass die haben. Ja. Rahle haben. Ja, stimmt. Weil wenn die nicht hätten, wären die ja nicht am Leben. Ja. Ein Rahler ist in echt am Leben. Mit echtem Gotthabern und so weiter. Etc. Aber der weiß nicht entsprechend die Regeln dafür, dass der das verdient. 1000 Promils Equel mit dem, was der in der Büro stehen hat. Was der wäre. Was der ja eigentlich aber nicht ist. Was der Sieg. Weil ohne Behandeln wäre der Rahle unter, Büro vollzogen, im Knast oder weggeschutet. Verstehen Sie? Ja. Weil ein Rahler weiß nicht ein einziges Gesetz. Und zwar auch wenn wir einen Rahlen behandeln, weiß der nicht ein einziges Gesetz richtig. Rahle wissen überhaupt keine Gesetze. Auch wenn wir die behandeln wahr. Ist das Gesetz, habe ich das, bin ich da. Die Rahlen bilden sich aber ein, dass die Gesetze wüssten. Verstehen Sie? Ja. Und wir behandeln die Rahlen rein, damit die sich weiterhin einbilden können, dass die irgendwelche Gesetze wissen. Ja. Wenn ein Rahler weiß, dass der nicht alle Gesetze weiß, dass das Gesetz ist, ja. Dann ist der entweder nicht mehr Rahl und dann Star, ja. Oder der ist aber trotzdem nicht Star wert, weil der weiß zwar ein paar Top Regeln und so weiter, etc. Aber der weiß trotzdem nicht alles, ja. Und dann kittet der das, was der nicht weiß, mit Unsinn. Während er aber irgendwelche wissenswerten Sachen behält, die eigentlich nur ein Star wissen darf, ist kriminell. Daher gibt es Rahle, die vom Gesetz her im Grunde keine Rahlen zwar sind, ja. Aber bürokratisch sind die also doch vom Gesetz her. Rahle. Weil da steht, dass der ein Rahler ist. Der hat ein Haus, etc. Irgendwelche Werte. Ja. Der weiß aber, dass der Gesetzbüro ohne behandeln nicht ein einziges Gesetz weiß und kein Wert ist. Der wird aber behandelt, ja. Und dann weiß der nicht ein einziges Gesetz. Auch dann verändert sich nicht. Nur, der Rahle weiß das nicht. Der lässt sich wieder behandeln und dann nimmt er wieder das und dies und jenes und dann kann man auch einem Rahlen, der dieses Video gesehen hat, YouTube King Razor, ja, erklären. Ja, wiederum, ja, dass der in seinem Behandeln ist, dass der in seinem Leben ist und dass er sich wieder was einbildet dafür, dass der nicht weiß, dass eigentlich nur Stars alle Gesetze wissen. Was ist das? Alles. Ich weiß, dass es Unterzuhaltende gibt, die dem, was ich hier gesagt habe, widersprechen wollen, aber nur weil diese Unterzuhaltenden nicht alle Gesetze wissen, denn die sind ja eigentlich Rahle. Verstehen Sie? Das sind ja Dumme, die, ich sage nicht, dass Rahle Dumme sind. Ich bezeichne nicht alle Rahle Dumme. Verstehen Sie? Ich bezeichne Rahle als Dumme, die keine Rahlen verdienen zu sein. Denn wenn ein Rahler höher sein will als ich, ja, denn ich bin ein Star, dann ist der Gefahr, hätte ich gesagt. Ja, man blättert nicht gegen Wert, man zerhackt keinen Wert, dies und jenes etc. Familien erziehen ihre Söhne Wert, finde ich richtig. Wenn dein Sohn tatsächlich alle Gesetze begreift, ist er Star wert, ja. Wir Stars blättern, dann Star ist ein Star zu sein, ist ganz leicht. Sieh doch nur Razor an!